Den Ball jetzt in die Mitte. Gut geklärt, das war wichtig. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Super dieses Zuspiel. Boah, gefährlich. Ist es das? Fünf Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blick schnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Vielen Dank. Ja!